So, wir befinden uns jetzt hier an der Sternbrücke. Das ist Kreuzung-Stresemann-Straße, Max-Brauer-Allee, Wohlers-Allee. Und diese Brücke soll abgerissen werden. Und das ist bei den hiesigen Anwohnern sehr umstritten. Zusammen mit diesem Abriss, weil die Brücke auch erheblich erweitert werden soll, sollen auch Wohnhäuser abgerissen werden. Und vor allem diese ganzen Clubs, die es hier mal gab, die sind jetzt schon geschlossen. Und ich empfehle, da ich nicht weiß, ob ich diese Filme zusammenschneiden kann, dann auch die nachfolgenden Filme anzuschauen. Und wenn Ihnen der Film gefallen hat, Ihnen zu liken. So, das ist hier die Eisenbahnbrücke, um die es geht. Und die einen sagen, das kann man auch im Kleineren umbauen. Die anderen sagen, nein, das muss im ganz großen Stil erfolgen. Und ich denke, die Häuser, die abgerissen werden sollen, sind die hier auf der anderen Seite. Hier drunter ist auch ein Kiosk gewesen. Mit, wie man sieht, schon vernagelten und verbretterten Fenstern. Und ich denke, da auch im Kopf abgerissen. Hier drunter ist auch ein impres estabiligt. Das, das ist es, wie man drillt, halt. Aber wenn ihr Là ist, euch zuerst sein. Die réponse options, man sind nicht wahrscheinlich auch hier gelauer gewesen. Und die flasche. Wir beten ein wenig vielinaus, departments panebbraう! Das sieht aus. So, wir zwischen uns sagen, das ist abgerissen, weil wir dann schon erwarten, in payload zu unsOOOOOOOOÄン mit hoffen, Hier das Umfeld. 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 Hier das Umfeld.